Ich grüße Sie zur Zusammenfassung meines Vortrages, den ich im Rahmen des Netzwerkes Bildung Mittelhessen gehalten habe. Zur Einschätzung der Teilnehmer wurde am Anfang folgende Frage zur Abstimmung über mobile Endgeräte bereitgestellt. Hier ist das Ergebnis, das zeigt, dass hier und da noch einige Wissenslücken zur Grundlagen der Digitalisierung bestanden. Schauen wir uns dazu die Elemente der Digitalisierung an. Je nach Verortung gibt es Hörsaal-Technologien, wie zum Beispiel interaktive Whiteboards oder PowerPoint und Software von einfachen Textgeneratoren bis hin zu Lehrvideos, mit denen sich Lehren und Lernen digitalisieren lassen. Umgeben werden die Lernorte und Lernelemente von Szenarien, wie zum Beispiel dem kollaborativen Szenario, das im Hörsaal als Gruppenarbeit und in virtuellen Umgebungen als gemeinsame Arbeit an digitalen Dokumenten interpretiert werden kann. Oder von Selbstlern-Szenarien, um mal zwei von diesen fünf Szenarien zu nennen. Doch wie sieht die Lehre an den deutschen Hochschulen in Masse wirklich aus? Frontalunterricht in PowerPoint durchfluteten Hörsälen, von den Nutzern ungeliebte sogenannte Lernplattformen, dazu Kommunikationsmethoden, die auf E-Mail und Dokumentenversand setzen. Und das alles trotz kostspieliger und über viele Jahre gehende Förderprogramme. Dabei sieht der digitale studentische Alltag doch ganz anders aus. Lernen über die vielen Optionen im Internet, ohne spezielle Plattformen, aber in höchstem Maße vernetzt. Und nahezu die gesamte Kommunikation und Kollaboration läuft über die sozialen Netzwerke. Bezogen auf die Stufen der Digitalisierung befindet sich die heutige Lehre maximal auf einer Anreicherungsstufe, von der viele fälschlicherweise meinen, dass dies das Ziel der Digitalisierung der Lehre sei, obwohl mittlerweile klar ist, dass so keine signifikanten Mehrwerte entstehen. Ziel ist eine vollständige Integration digitaler Medien, sodass mit neuen Lehr- und Lernkonzepten alte Probleme gelöst und entscheidende Mehrwerte generiert werden können. In meiner Lehre ist diese Integration komplett erfolgt. Die Inhaltsvermittlung ist vollständig digital und die Phase der Inhaltsvertiefung findet im Hörsaal statt. Sie dient der Festigung und Vertiefung des Inhaltes und ist dem Training von Kompetenzen gewidmet. Zwischen beiden Phasen liegt der elektronische Mastery-Test, ein reiner Wissenstest, mit dem die Lernenden vor der Präsenzphase ihren Wissensstand nachweisen können. Schauen wir uns diese beiden Phasen des Lehrens und Lernens einmal näher an. Hier ist zunächst die Phase der Inhaltsvermittlung. Auch in anderen Fächern wie der Sprachwissenschaft geht der Trend zu mehr Interaktion. Dafür muss sich Johannes C. aber zuerst vorbereiten. Allein. Er nutzt eine Übungsplattform der Uni Marburg. Wenn das nur bei diesen Platten wirklich klicken, durchklicken und man denkt, man hat alles drauf, ich denke, das wäre zu unwissenschaftlich. Aber dabei bleibt es ja nicht, man wendet es ja noch an. Auch gerade dann in der Präsenzveranstaltung wird dann das auch angewendet, was man sich zu Hause eigenständig erarbeitet hat. Der Kurs heute? History of English, Evolution of Language. Alles auf Englisch. Der Lehramtsstudent liest, schreibt auf und schaut Videos. Und so sieht die Präsenzphase aus. Das Modell nennt sich Inverted oder Flipped Classroom. Erst die Vorbereitung und dann im Hörsaal die Übung. Handke geht mitten rein, diskutiert mit den Studenten. Tutoren helfen ihm dabei. Wie etwa könnten die Neandertaler gesprochen haben? Welche Vokale, welche Konsonanten haben sie verwendet? Erfundene Sprache nach wissenschaftlichen Maßstäben. Das ist total zufriedenstellend. Und ich habe auch den Eindruck, die Studierenden mögen das auch. Manche mögen dann mal durchaus vielleicht auch mal ein bisschen genervt sein und sagen, ist der schon wieder da. Andere sind zum Teil enttäuscht, dass man nicht öfter vorbeikommt. Also ich denke, in einer regulären Vorlesung hätte man das eigentlich nie durchführen können, wenn man ohne eckiges Wissen hier von vornherein eingestiegen wäre. Um es zu lernen, um es zu festigen, da braucht man schon die Praxis und den Austausch mit anderen Studierenden. Ansonsten ist es plattes Wissen und man kann nichts damit anfangen. Und in einem derartig integrativen Modell, wir nennen das das Inverted Classroom Mastery Model, sind eine Reihe völlig neuer Paradigmen entstanden. Das Lernen ist kontrolliert selbstgesteuert. Die Inhaltsvermittlung gestaltet sich als intensiver, moderierter Austausch. Und der Lehrer wird zum Lernbegleiter und Teil des Lernprozesses. Und der klassische Hörsaal, den können wir so gar nicht mehr gebrauchen. Er wird zu einem kooperativen Lernort, bei dem mobile Endgeräte selbstverständliche Hilfsmittel sind. Alle Komponenten des Lehrens und Lernens nutzen die vorhandenen und mitgebrachten mobilen Endgeräte, die natürlich auch beim elektronischen Prüfen zum Einsatz kommen. Warum eigentlich nicht? Das Mastery Worksheet ist ein reiner Wissenstest, den man sowieso von jedem Ort auf beliebigen Endgeräten absolvieren kann. Und die summativen elektronischen Klausuren? Warum soll man dort die Internetnutzung verbieten? Wenn man diese Prüfungen als Kompetenzprüfungen aufzieht, dann kann man auch dort getrost die Internetnutzung erlauben. Und genau das tun wir. Bring your own device total. Und mit neuen Kursformaten wie speziellen On-Campus-Online-Kursen, 2-in-1-Konzepten oder FLOG-Formaten verbessern wir, wie ich in verschiedenen Videos und Studien beschrieben habe, die Studierbarkeit von Kursen, Modulen und Studiengängen. Tja, und durch Übertragung dieser Konzepte können wir auch die Sprachausbildung von Flüchtlingen erheblich verbessern. Digital, kontrastiv, integrativ und kollaborativ. So gezeigt mit unserem MOOC Doi4Arab, in dem 2700 arabisch sprechende Flüchtlinge ihre deutsche Aussprache verbessern konnten. Lassen Sie mich mit einigen Überlegungen und weiteren Ideen schließen. Klar, dass wir unsere jetzt schon als offene Bildungsmaterialien vorliegenden Videos und Elemente weiter ausbauen werden. Auch das Bring-Your-Own-Device-Konzept muss hier und da noch angepasst werden. Und die Hörsäle, die wir jetzt Lernorte nennen, können ja nicht so bleiben wie bisher. Hier ist Handlungsbedarf. Tja, und dass das mobile Lernen keine Worthülse bleiben soll, werden wir mit dem Relaunch unserer Lernplattform in Kürze beweisen. Tja, und auch der Einsatz von Robotern in verschiedenen Komponenten der Lehre wird bei uns keine Zukunftsmusik bleiben. Wir werden also immer weiter an neuen Konzepten arbeiten, um die Lehre zukunftsfähig zu machen und zu halten. Und darüber werde ich Sie weiter auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.